Hallo ihr Lieben, hier ist KLS von Kreatives Leben. Ich möchte gerne Farbe in unserem Leben bringen. Und heute ist schon der letzte Tag unserer Challenge. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Ich hatte auf jeden Fall ganz viel Spaß, das vorzubereiten. Und das Thema ist Acrylfarben. Bleib dran und ich zeige dir, wie ich das Thema umgesetzt habe. Und für die, die es immer noch nicht wissen, unter dem Video gibt es einen Link zu dieser Challenge und wo du dann mehr Informationen bekommen kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017